Der Stallbursche Der Stallbursche wachte mit Sand im Mund auf. Er war in einer heißen Wüste gelandet. Zum Glück war es Nacht und daher kühler. Nein, es war heißer Tag. Nein, Nacht. Nein, Tag. Och Mann. Nein, Tag. Er hat inzwischen voll Durst bekommen. Zum Glück gab es dort eine Oase. Musik Da waren dann noch ganz komische Pyramiden, die schweben. Pyramiden, die schweben. Ja, sogar zwei übereinander. Plötzlich kamen sie aus dem Boden. Musik 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 Der Stallbursche betrate Plattform der Pyramiden. Dann war auch ein magischer Sockel, der komisch leuchtete. Plötzlich wurde er von einem grellen Licht geblendet und wieder teleportiert. Schon wieder teleportiert? Wohin denn jetzt? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020